Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eurotrack Simulator meinem neuen YouTube Kanal Hatties Gaming Area. Im folgenden Video werden wir eine kleine Tour fahren von Hannover nach Hamburg mit leeren Paletten. Die Ladung ist schon geladen. Während der Fahrt erzähle ich euch etwas über diesen Kanal, über die Ideen die ich habe und was ich so vorhabe. Erstmal aus Magdeburg raus. Geladen haben wir leere Paletten mit 21 Tonnen. Der Zug wird gut ausgeladen sein, damit wir auch hier keine Leerfahrt machen. Ich werde euch den Truck auch noch von außen zeigen gleich, wenn wir auf der Autobahn sind. Wahrscheinlich müssen wir unterwegs noch tanken. Hätte ich natürlich auch vor dem Video noch machen können. Egal. Ja, was habe ich vor an dem Kanal? War gelb. Ist aber noch ok. Was habe ich vor an diesem Kanal? Ein paar Let's Plays drehen. Mit diversen Spielen. Eurotrack Simulator, Landwirtschaft Simulator, X-Plane 11 wenn Bedarf ist. Auch eine sehr gute Simulation. Auch der hier, den Rest überholen dürfen wir eigentlich nicht, aber der kommt ja nicht aus dem Knick. Ja, wie gesagt werde ich verschiedene Let's Plays drehen. Hier mal zum Euro Truck Simulator 2. Dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen wollt. Welche Touren, welche Länder, ob wir mal Schwertransport fahren sollen oder normale Touren. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben und ich werde es dann einrichten. Verplant ist. Ein bis zwei Folgen in der Woche, damit ich genug Zeit habe, um auf eure Kommentare einzugehen. Das ist auch mein erstes YouTube Video, also seid nicht zu streng mit den Kommentaren. Ich werde euch gleich den LKW von außen zeigen. Da werdet ihr sehen, dass ich für eine Spedition fahre, also eine virtuelle Spedition. Diese heißt SP Logistik, die ich auch mit gegründet habe. Wenn Bedarf oder Interesse besteht, auch in einer Spedition zu fahren oder ihr wissen wollt, wie das geht mit so einer Spedition, welche Programme man braucht, also schreibt es in die Kommentare. Ich werde euch die Internetseite von dieser Firma auch noch in der Videobeschreibung einblenden. Meine Güte, jetzt stand ich kurz auf dem Tauch. Da zeige ich euch mal den LKW von außen. Wer da vorne kommt, wahrscheinlich die Stelle muss man abpassen. Ist man nicht dran vorbeifahren. Wie ihr seht, fahren wir ins Gania S. 650 PS. V8 natürlich, wie man es werden kann. Da würde ich sagen, fahren wir kurz tanken. Sonst stehen wir nachher noch auf der Autobahn. Dann heißt es wieder die schrecklichen LKW. Fangen wir an. Jetzt 31. Aufgefangt ist, da geht es Richtung Hamburg. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Videos verbessern könnt oder was man besser machen könnt, schreibt es gerne in die Kommentare. Natürlich würde ich mich auch über ein Like freuen oder die ersten Abonnenten auf dem neuen Kanal. Aber jetzt fahren wir erstmal Abladen. Hamburg ist in dem Spiel auch sehr schön gemacht. Den Elbtunnel gibt es auch dort. Radarkontrolle. Radarkontrolle. Komm jeder rum da. Im echten Leben. Komm steht Radarkontrolle da. Da müssen wir alle. Selbst die Polizei fährt. Im. V8 ein paar Mal. Deine Erinner. Ich komme zu ihr. Deine Erinner. Da sind wir nicht alles. Oder das gehört. Was wird das Beste. Drei. Wir huren, w freedenstatt. Walsch. Walsch. Drei. Drei. Wir hители. Es ist besser voisin. Ich bin sehr gespannt auf die ersten Kommentare von wo die Reise denn gehen oder welche Frachten wir fahren sollen. Ich bin sehr gespannt auf dich. Ich bin sehr gespannt auf die Reise. 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 Die ersten Abonnenten, wenn euch was nicht gefallen hat, schreibt es ruhig in die Kommentare, wie ihr das verbessern könnt. Ich hoffe die erste Folge hat euch gefallen. Ich hoffe das ist nicht allzu schlecht. Ich bin sehr gespannt auf die Reise. Ich hoffe der Baumeister ist auch schon auf dem AMB. Ich bin sehr gespannt auf die Reise. 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 So, dann verabschiede ich mich zur ersten Folge, ich hoffe es hat euch gefallen, bis zum nächsten Video auf eurem Paddy's Gaming Area Kanal. Bis dahin, Tschüss.